Jo, Willkommen mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tells auf Cillia Nein Oh mein Gott und ich renne erst mal durch und sammle alles ein was ich finden kann und der entscheidend freudige Typ Many of the provisions we packed on the expiration date You sure you sweat the little things I'm surprised you could handle being a tactician It is a tactician's duty to consider and prepare for every possible complication Momentary oversights bring enduring wounds But isn't it also true that a moment's hesitation can lead to a lifetime of regret? It is, which is why a leader must make snap decisions without hesitation Then I shall make the call We will continue to eat the provisions until two months past the expiration date Yes, ma'am You must love that about her The fact that she can cut through all your worries in an instant How are we talking about the way I feel about all the way you do Boing, was? No, no, no Best intro ever We have to be Ja Du we have to be Ah, ja Ich habe lieb Ich habe lieb Wie Wie Das sind die man als Unterschied wissen Ich habe Die proben schon Ja Die proben Drachen Soll Wie ist oder Oder was weiß ich Donner klingel Typ Okay was soll ich weg verbunden wieder typo oh mein gott was und danke ich habe jetzt lehrer ausgefragt aber gar keine geht es dir gut wird gut jetzt habe ich dich ich mag es moment bräuchte fp auch noch ganz viele sich tp schon moment natürlich den schissen zum weg genommen oder auch nicht perfekt vier dinge auf einmal das ist pro level den ganz kirchen erstmal fertigkeitspunkte auch da müssen wir sogar hin und lichtspalte kommt sowieso noch nicht hin ich brauche zwei das heißt ich könnte jetzt noch eine art hallo und wir sind schon wieder zwei liga nicht bekommen kann so elven was angriff 3 kann man noch schreitungsverlängerung eigentlich so angefragt jetzt hast du erfahrene mietklinge cool jetzt kommt wieder das übliche spielchen wir schnuppern wieder das ganze gebiet hier ab und finden alles mögliche zeugs und rennen durch die gegend und kämpfen und da sehe ich schon wieder so einen seltenen oder auch nicht ich dachte wer so ein fritz hat aber das da vom weiten nur so aus war es aber nicht so gegen dich aber noch nicht gekämpft oder komme er dafür muss man verdammt macht noch ein titel zu bekommen das auch damit und sagt ich habe recht mehr angriffen diese verbinden lassen kann die pro verschiebungs anfänger ja das wollte ich das ultimative accessoire auch okay den celten dreissell gibt mir sicher ist es besser pute es sein teepow nee dass du dich sieht das elise stufst. ihr pendant in teepo vielleicht teepow ist ein accesserie die blöder ich sie kenten die stadt was geht das war gut und irgendwie ekelhaft elise was ich glaube dass man hier so verdammt kopf also ich will ja misst gar zu sehen ich merke mir jetzt immer noch nicht wann die art von typo stärker sind wann die mystik stärker sind ja schon lange nichts mehr neues gewernt hier flutwelle perfekt und mehr kp klaus entscheidung muss das auch noch konnte ich die ganzen dinge übersehen verspottung vier sekunden lang das taubel vitalität verdammt doch das habe ich noch und da ist auch noch eine art wie konnte ich die alle übersehen straffe ketten was windschutz und dafür leben wo weil du brauchst ist von allen am meisten das regnet gar nicht typo lügt mich so und ja auf die auf die ketten von diese wieder auszukotzen das ist ekelhaft zwar witzig anzusehen aber auch vollkommen ekelhaft 2.200 geil und da ist was im bau und da ist ein frosch nein quatsch keine angst poli ein poliwax sind kaputt ist glaube ich sagt sagt was darf man braucht zeit mein ding ist ja einfach so das war das falsche nein ich wollte ja mystik art sehen man muss ich dran denken so erstmal wenn ganz mülle einsammeln problemmüll gebrauchen können dann diese ich möchte keine ahnung tut und nehmen möchte ich nicht ich möchte wieder glaube ich nee ich möchte naja aber leider habe ich so oft gespielt möchte ich möchte diese ich habe keine ahnung weiß nicht was ich will weil ich irgendwo noch noch da ist ein loch ich bin nicht reingegangen wie konnte ich nur da war ungefähr zehn minuten geworfen um dieses gebiet zu erkunden ja ich habe auch gedacht wir finden hier ultimative waffen oder wie sowas haben wir ein warum denn auch warum können die ultimativen waffen nicht einfach an dem einfachsten orten versteckt sein was soll er ist aber naja du bist ein frosch jetzt wollte ich habe ich keins von beiden gelesen schwarz fehler hat immer gut ich weiß ja nicht mehr wie viele abgeliefert haben ich glaube 25 oder so naja ich glaube das maximum ist 459 laut dem titel einträgen okay was haben wir hier mysteriöses jubel wofür braucht man die das würde ich gerne wissen weg damit brauche ich nicht wirklich wir kriegen zu besonnen zweck damit das war war ich 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 und sagt bringt heute nichts und sagt und dieser hat man nicht so viele angriffe bei diese verbinden kann außer einige zauber hier so die elf neidung und vielen kreis wird was weiß ich will ich schade es war aber hier noch und zu flüssigkeit weg mit dem jemand spiel ich bin ja nicht mal ich ich bin ja voll der sensible typ hier ein ausgezeichnet gegner den schafft man noch und auf damit da muss ich eine lektion erteilen und verdammt er hat auch viel besser aus als der schweigen kann es kommt normal genau das war nicht alles für bei den gebrauch und sagt zwei und da schaffen wir nicht mehr schade doch das schafft man jetzt schon wieder ein kopf geschlossen man naja ich dachte du bist gut mit dem stab aber egal wieder mal cool und wir sind wir machen uns wir bringen uns die sicherheit und ich verabschiede mich dann und sage tschüss